Erster in der Saison 1968, 69. der deutschen Fußball-Bundesliga und somit deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Saisonüberblick Der FC Bayern München konnte die ersten fünf Spiele der Saison gewinnen und war vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer. Am Ende betrug der Vorsprung auf den Vizemeister Alemannia Aachen acht Punkte. Die Münchner gewannen zudem den DFB-Pokal, womit ein deutscher Klub erstmals seit 1937 DK-Sekunden-Double gewinnen konnte. Dieser Erfolg bedeutete den nationalen Durchbruch für den FC Bayern im Fußball. Der Münchner Trainer Pranko Zebek setzte in der gesamten Saison nur 13 Spieler ein. Neben Kickers Offenbach stieg auch der amtierende Meister 1. FC Nürnberg ab. Torschützenkönig wurde Gerd Müller von Bayern München mit 30 Toren. Abschlusstabelle Kreuztabelle Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Torschützenliste Die Meistermannschaft des FC Bayern München Schiedsrichter Die Bibelwechsel Untertitelung des ZDF, 2020